Servus Leute hier ist wieder euer Sauerkraut 700 und heute geht es weiter mit einer neuen Runde LOL mit dem Rabbidkiller. Du kannst schon grüßen, okay? Hallo, achso, das Mikro gerade kommt. Okay, gut. Und, ja, ich bin auf der Botland und er als Supporter, dann schauen wir mal, ob das heute so geht. Ich glaube, wir werden ganz sicher invaded werden, wir werden vierer Team. Aber wir fangen eh um, also. Nicht mein Problem. Meins auch nicht. Ich warte mal in dem Buschi. In dem Buschi. Buschland zu schütteln. Erst in Place. Barker nicht mehr geben. Jetzt muss ich wieder mal einbekommen ins Last-Head. Lieber. Kommens. Achtung. Zutritt, Zutritt, Zutritt. Weg. Weg. Ha! Gipf. 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 Fäil. Gipf. 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 ab in einer zurück das ziemlich schlug das könnte was werde ich glaube nicht auch jetzt ich hab's doch gesagt das könnte ausnahmsweise nicht dafür ist jetzt unsere Lehner ja egal der Rakan kann nicht pushen und ich bin schon wieder auf dem Weg ich bin schon wieder auf dem Weg zack 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 geht das aber wie dumm war die bitte die Gsaya sie hätten nie fast gekriegt naa doch ich sehe einen Hit hätte mir noch gefällt dann wäre ich weg gewesen ja und trotzdem Oha unsere ganzen Lanes dominieren grad Katharina gegen ein Set das ist hatter Lücke Alter das trifft nicht das ist das ist das ist das ist also ich bin schon noch Der Wolf ist in der Nähe. Ich bin nicht zu aggressiv gegen die. Du hast unkill. Ich bin nicht zu aggressiv gegen die. Du hast eh unkill. Keine Chance haben die. Jetzt nicht so. Da muss man viel aufpassen bei dieser Stana. Nein. Wow. Das war halt eine gute Chance. Das war halt eine verdammt gute Chance. Nein. Geh weg einfach. Sicher. Nein. Hör auf zu grünen zu mir. Ich hab sie nie geholt. Ich hab sie nämlich geslowt. Das ist der Charme. Schmack. Aber die Kuhn sind worden. Du scheißer. Das ist der Mann. Der Mann hat mich. Okay. Jetzt ist es. Jede. der Kuster lang nicht klar die Netzweg die Worten aber Arnapp schon dann wurde heute und dann bin ich weg ob und das war Arnapp nein weg aber Arti Millions Heiter der Racken des Lebens 6 das recht schätze recht oder nächstes trotz der Acker die Wutte aus der Räsen mit der Treschen und dann die oder ist in der Ausgabe harte nicht mehr geprägt und wieder auf den Weg schnell Luki, die haben uns in Tau ein Kater verreckt 3-0 wer? 0-3, nicht 3-0 der Nasus Nasus muss halt nur seine Stacks kriegen dann aber wenn er gefiedet ist, kann er one-shotten ich hab meine noch nicht Problem, ich hab meine noch nicht Oh, shit Komm an, Ola Ja, ich sieg's gerade Ich würde mein Uten nicht verschwenden Achtung Das ist ein Quizzer jetzt Ich komme gleich Oh, shit What the fuck Der einfach unter dem Tor Wenn er das jetzt nicht macht Krack Da waren sie heiß Scheiße Ich hab extra neu überlegt Wo soll ich mich hinstellen Ich hab ja nicht geschossen Ja, ich hab eh mein Ult geschossen Aber ich sie Eigentlich wollte ich die Gsaya damit treffen Und dann rennt der Rack ane Dr. Moon Na, blödsinn Olaf rennt rein Und ging an Olaf Macht mein Ult Nichts aus Olaf ist so ein richtiger Ein nicht besser Typ Da brauchst schon was gut Geh, was ist denn Und dann Und dann Ich hab's nicht mehr 2 2 dort der Scheißdruck der Scheiß Olaf als erstes das ist unglaublich ich bin ein Trottel nahe ich habe nicht aufpasst naa Fahak ich habe nicht geschaut wo ich hier rede ich schaue so viel im Kampf und dann war ich schon da ich bin ein Trottel ich bin ein Idiot ah verdammt jetzt schaut sich nicht einmal so gut aus ja ich weiß sie ja jetzt hat die Xara 4 2 Seid ist sowieso mit 6 0 der OP Typ komm mit hast du die Läne und dann komm mit Prozent das ist noch genauer waren zu uns WAY DWEK DWEK ja ich Tomsnei Wo hat er eingebrochen? Geh weg! Überlebt es einfach nur, ich hoffe ich habe gerade das Leben geholfen. Ich habe in Säde gemacht. In Sädelein habe ich. Ich habe wie viel reingekaut. Aber das mit Feuer habe ich viel reingekommen. Ich bin da einfach. Wow. What a shit. Macht der Satan schon. Es ist klar. Ich meine, ja, ich bin nicht Tank jetzt oder so. Aber trotzdem. Es ist klar. Es ist klar. Es ist klar. Hast du ein Ult? Na. Es ist immer so, wenn man es ist. Oh ne? Da! Ah. Nice. Auf den Schatz, der Mann. Aber ich komm, ich komm mit. Minuto X. Jetzt bin ich weg. Vorerst einmal. Da warten wir noch. Oh, 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 oh. Der Olaf hat wieder Belem. Wo ist jetzt? Jetzt renne ich schon ganz hintere. Jetzt hat es auch keinen Sinn mehr. So. So. So, dann kann ich das. 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 Und drehen ein Affe. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Luki kommt da entgegen. Kommt da entgegen. Oder machen wir top. Wir müssen top safen. Bitte. Angeb for. норм tier. Hör. nightmare Sinn macht. ... 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 oder sonst zu viert da ich bin ein Idiot wie so ein bisschen noch mit zurück Nein ich bin ein Idiot endlich Prozent neuer die Tier zu Loh 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 die Karte wie Loh Loh Fos oder die Sowjets mit der Omen der Glecht ich versteh dir der ihr Bild nicht Tja und jetzt haben wir den Scheiß Tor weiter Wer eiselt Gantel jetzt können wir das Lohn bis zum ich komme Loh Ness ja engage Karte j w 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 da ist sie hat der Wartel was sind das ist so dass und dort vor Ort auch die Eid wir sind ausweichen mit Sto Wecker Kostab ist nur Weltmaßbach an die Klammer nicht mit der ULT wer holt er hat wenigstens nicht viel Kult an Schaden die Pottlen aus mit der Masse also aber für das das 18 39 steht dann wäre ich gut dabei ja es ist wir sind das seit zwei jetzt mittlerweile es geht um das die haben 39 Kills und wir haben 18 insgesamt unsere Tauern wir haben fast die ganze Mittlernei gepusht wir haben auf der Toplen keinen einzigen Tauern und kommt sagen und in der Mieten am Sonntag Mardus Scherzhaus und da ist jetzt zwei das hieß jetzt halt hat 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 alt der verweilter bis sechs jahre der der lebte der kopf hat auch mein gott und der arbeit johannes sie sind der luft konkurrenten hochwerten Aki Bormann Vorka bis zu Tänke die Unwürde erreicht schon so klar 400 geht eigentlich ist wer kann allein ist da auch pushen aber jetzt ist es zu vor allem nach aufhol ist man kann er kommt davon weg ja hübs noch bieter der durch scheißhaus du scheiß haus verkauft super wenn der nasa ist das kannst du nix werden die karte hat einfach gezögert jetzt kurz Zeit noch vielleicht machen können aber nahe ich gerne sie rente weiter weg wir haben jetzt den tollen wurscht was du machst du gehst weg du bist so egal denen gewäcker der nasus ist doch im noch das ist mehr etwas also dann war der noch gestankt und der andere war drauf was Olaf was ich muss leider weggegeben was er auch mit nasi skum woch muss jetzt jetzt achtung pass auf set doch da auch an die ins Romant Ostern an wir brauchen nur Rüstung Bonn ein paar Anzeigte eigentlich war diese Gäste hat sie die haben nur nur adi oder lotte Worte Faktum oder was die wiederbelebte Bordens Engel wer holt Urlau feiert sich selbst Wir brauchen einen Nasus. Nasus. Nur der Set muss weg sein. Wir müssen nur den Tor jetzt haben. Wir brauchen einen Tor. 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 Und wir brauchen einen Tor. Wir brauchen einen Tor. Wir brauchen einen Tor. Aber jetzt habe ich mir ein Tor. Oh, das war's. er denn als Ziel das sind erst in der Zeit die muss jetzt mit dem Kuschel wir haben dort zusammen wir brauchen das Super wenn man super haben dann sind wir gut an wir brauchen nur den tor jetzt geht es zurück wieder das schafft es nicht oder was tut er je du scheiß haus du teppert komm jetzt so fuhrt dass die mittler ein gibt es ja nicht der er hat uns er wird uns den torse bringt der mädig das ist jetzt nur mehr mit linken aus sowas von er er war er hat schon wieder fuhr jetzt kommt er aus aus und was ist mit seiner Kürtel der Kürtel bis alle weg der Flächen bei mir steht unter der ersten Ako wir haben natürlich wurscht mach mir der da schau warte jetzt mach ich was no scope voll geil drauf geile Sache komm ok 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 es gibt es sehr sie ist es tut man nicht erhaftet geht jetzt geht es NAAA NAAA verdruckt Höchst Wurscht Ah das Das können wir noch ausbauen NAAA Mein Finger angerutscht und eh drückt statt wie eh So eine Scheisse NAAA Dirk war jetzt die Fussungen in die Knapp zerstört Barriere und Zettel liebt Scheiße die Rom in der Nassau die Tiefen in die Knapp Scheiße verdammt Sommer wieder kann Schmerz Ich hole mir nur kurz Leben Ja ich lebe Oh mein Gott Full Gas Jetzt müssen wir pushen wo es geht nur Der Nasus und ich halten eh mehr aus Schmerz Passivost Puschma Beim Wettspielen sind Tornenpanzer Kiste Der Nasus Fuss Der Nasus Der Nasus Der Nasus er wohl schau danach ist jetzt hier er hat noch mal drauf märz 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 aber anziehen wahnsinn wahnsinn waren also der kriegt fixer der kriegt aber vollgastig das wird als von jedem krein glaubt man oder hier war was geht ja wohl schon aus das war es mit dem rollmetscher erhoff es hat euch gefallen obwohl ihr schlecht was uns so wir lassen du eigentlich er war nicht so 4 gegen 5 wieso es fix der rakan wort der damen möden verlässt das spiel aha ok gut ja gut und abonniere zu unserem channel und dann sehen wir uns das nächste mal wieder tschüss tschüss Vielen Dank.